Hey und willkommen zurück zu einem neuen Fortnite-Video von mir. Und zwar haben viele mich gefragt, wo denn die ganzen Kisten in Lonely Loots sind. Weil wir haben jetzt eine Mission, dass man da einige Kisten suchen muss. Ich glaube sogar, das sind sieben, wenn ich mich nicht ganz täusche. Und viele haben halt gefragt, ey, wo finde ich diese Kisten? Weil es ist einfach schwierig, da es keine Gebäude da gibt, also zumindest wenige. Und es ist eigentlich nur so ein Waldstück. Und deswegen dachte ich mir, ich mache heute mal ein Video dazu, dass ihr diese Kisten viel, viel, viel einfacher findet und nicht unbedingt suchen müsst. Dass ihr dann direkt diese Kisten-Spots ablaufen könnt und direkt die Kisten schnappen könnt. So, aber mehr dazu kommt natürlich nach dem Intro. Lasst jetzt schon mal eine positive Wertung da. Wenn ihr auch an einem aktuellen oder einem Gewinnspiel, was jetzt die nächsten Tage kommen wird, mitmachen möchtet, dann lasst auch immer eine positive Wertung da, ein Like da. Und natürlich die Glocke aktivieren und ein Abonnent von diesem Kanal sein. Ich verlose dreimal 20 Euro V-Bucks. Deswegen, wenn ihr noch keinen Skin habt und unbedingt Skins haben möchtet, macht auf jeden Fall mit und gebt auf jeden Fall eine positive Wertung auf dieses Video. So, dann kommt erst einmal das Intro und dann noch das Video. Viel Spaß! In Lonely Looch sind genau zwölf Kisten versteckt, die ihr eigentlich relativ einfach finden solltet. Drei Kisten sind immer nebeneinander. Drei Kisten sind in diesem großen Haus, was es da gibt. Ist ja eigentlich nur eins. Und sonst, den Rest findet ihr immer an so einem Lagerplatz oder so einem Zeltplatz und sonst irgendwas. Also es wird auf jeden Fall ein bisschen schwieriger, alle Kisten direkt zu finden und direkt in einer Runde diese ganzen Missionen oder die Herausforderung fertig zu machen. Einfach, weil es so viele Leute gerade gibt, die diese Mission machen möchten oder diese Herausforderung, um natürlich ihre Punkte zu bekommen und einfach den Battle Pass mal endlich fertig haben. Deswegen sollte es ein bisschen schwieriger sein zur Zeit. Aber wenn ihr zu einer späten Stunde hinfliegt, dann sollte es kein Problem sein. Oder wenn das Flugzeug oder der Battle Pass nicht direkt da drüber fliegt, sondern viel, viel weiter weg, dann solltet ihr auch das Ganze einfach haben und solltet dann direkt die ganzen Kisten finden. Und ich muss ehrlich sagen, ich habe sie bis jetzt noch nicht so schnell gefunden. Also bei mir landen immer richtig, richtig viele Leute da. Und deswegen habe ich es ein bisschen schwieriger zur Zeit. Aber einfach warten, bis die nächste Challenge da oder die Herausforderungswoche da ist. Dann solltet ihr das viel einfacher haben, weil die meisten das dann schon durch haben. Deswegen, wenn ihr es jetzt noch nicht habt, dann seid noch nicht so sauer oder sonst irgendwas. Und ansonsten wollte ich mich auf jeden Fall nochmal sehr, sehr, sehr bedanken dafür, dass ihr in letzter Zeit wieder so aktiv seid. Ich freue mich einfach sehr, wieder Videos zu machen. Ich sehe diese positive Resonanz und es motiviert mich einfach. Also ich habe immer richtig Bock, wieder Videos zu machen. Ich sehe es, dass meine Videos wieder geklickt werden, dass Leute auch kommentieren, zufrieden sind mit den Videos und sagen, ey, weißt du was, du hast mir wirklich geholfen. Und vielen Dank dafür. Das finde ich auf jeden Fall richtig krass und das freut mich auf jeden Fall. Schreibt mal gerne in die Kommentare, was ihr als nächstes für ein Video sehen wollt. Ich werde auf jeden Fall noch ein Video dazu machen, wo ihr diese ganzen Verkaufsautomaten finden könnt. Einfach, weil ich mir sicher bin, dass viele von euch diese Verkaufsautomaten nochmal sehen möchten und da Sachen kaufen möchten. Und ja, schreibt mir gerne eure Meinung in die Kommentare. Wie gesagt, lasst auch wieder positive Wertschöne da. Abonniert nicht vergessen, um weiter zu passen. Einfach, weil jetzt auch bald ein Gewinnspiel kommt. Deswegen seid auf jeden Fall aktiv und verpasst das auf jeden Fall nicht. Und ansonsten sehen wir uns im nächsten Video. Ciao und tschüss und bis zum nächsten Mal.